Holz, sehr gut. Nerven. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber... Welchen Boden aber aus was anderem machen? Wir sollten, glaube ich, nicht so einen riesen Raum machen. Sondern? Kannst du noch unterteilen. Eben. Ja ne, ich meine eher mehrere kleine Häuser. Wofür? Schaut besser aus. Natürlich, ja. Das schaut aus wie irgendein Festhalle oder Kinosaal. Ja und? Groß wie das Ding ist. Will irgendwer, dass das hier real aussieht? Nicht wirklich. Nein, aber real ist schön. Ich liebe die Versäcke in diesem Spiel. Mhm. Können wir die Tür vielleicht mal auflassen? Nein. Ein Monster-Wenn. Ja, gerade von hier, wo alles ausgeleuchtet ist. Mhm. Mhm. Ansonsten schaue ich vielleicht mal, ob auf dem großen Planeten irgendwas von Interesse ist. Und welche schicken Ressourcen. Ich würde ja von dem Tempel klauen, aber das ist gefährlich. Naja, der Tempel ist aber auch eher so mäßig. Gefällt mir persönlich nicht ganz so sehr. Ach du meinst, hast Möbel ja oder wie? Ja. Ich hab doch noch in meinen Kisten irgendwas gelagert oder? Na? Jetzt hab ich das Telefon-Ding auch gehört. Naja. Mostly harmless. Der andere große. Juh. Ja, schauen wir mal rauf, oder? Wir fliegen jetzt beide hin und lassen Kolbe allein oder wie? Ja, dann geh ich auch mit. Ja. Dann flieg aber nicht dahin, dann können wir schneller dahin. Du kommst zu mir aufs Schiff oder so. Ich brauch eben noch eine Kaffee-Maschine. Wenn du das Feuer auf Holz bohren, macht mir keine Sorgen da oben. Vor allem nicht direkt über dir. Ja. Nicht so hastig, nicht so hastig. Es ist Zeit. Jetzt haben wir uns aber anders auf. Jetzt geh ich immer mit Markus und Kolbe geht halt da hin. Oder so. Jo, komm schon. So, wo seid ihr? Ich geh nach links. Meins. Gehen wir nach rechts. Ach so, ja. Blümchen. Ich hab vergessen, dass dir hier schon wieder mehr Schaden macht. Moment. Nein, ich hab keine Picke. Ich muss nochmal hoch. Geht die runter sofort? Ich nicht. Nein, ich geh oben lang. Au. Jawohl. Blub. Vielleicht. Ich hab mal gesagt, die Bäume sehen wirklich gut aus. Find ich. Mhm. So fluffig, lauschig. Du stürmst echt voraus. Durch. Hm? Durch. Ja. Ja, so kann man ja nix finden. Kiwi. Hütter ab, mein Holz! Ja, jetzt bin ich dir zu nahe und eben war ich jetzt weit weg. Warte, nur entscheide dich mal. Ah, okay, das geht natürlich auch. Nein, Loot. Ich werde jetzt nicht die ganzen Stücke Kohle in der Oberfläche mitnehmen. Nee. Was sollte man aber tun? Ich habe aber noch Kohle. Außerdem, ich habe immer nur die eine Spitzhacke dabei. Wo da unten ist ganz viel Kohle, das nehme ich mit. Ach, ja. Ja, ja. Spitzhacke. So, jetzt bin ich auch wieder da. Nein, mein Holz. Meins. Was soll der Scheiß? Ich versuch so wenig zu räumen, wie es ging. Weil ich nämlich hier den Gegner... ...letten wollte. Vorne habe ich ein Problem gemacht. Abgesehen davon ist es doch eh unser Holz, nicht deins. Nein, es ist meins. Das habe ich gearbeitet, also will es ich auch aufsammeln, verdammt die Scheiße. Ist das schwer zu verstehen? Ja, ist es. Oh, hi. 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 Vögel. Bisse Vögel. Ich habe aber was eine ziemlich hübsche Kiste gefunden gerade eben. Und ein Händler, der attackiert wird. Nein. Den Händler gerettet. Und der gibt... Und der verkauft wieder nur... Kann ich auf jeden Fall verstehen, warum Corby so gefrustet war. Hä? Ich bin nur gefrustet, weil ich einfach nichts gefunden habe. Gehst du weiter? Dann sammel du halt dein Holz. Geh ich halt vor und krieg den ganzen Loots. Ach Boss, hi. Woran erkennt man Bosse so genau eigentlich? An roten Sparkles. Und daran, dass sie riesengroß sind. Mhm. Ninja, du bist böse. Ja. Sind das heute denn Bäume? Ne, ne? Hm? Ne. Einen anderen. Wow, der Ninja hat einen Shotgun. Boah. Setzlinge? Setzlinge. Stimmt, da können wir ja auch einen Bäume-Park oder so machen. Ja. Ja. Holy fuck, ey. Alter, leg das... Ja. Oh, der Just. Bleibst du weg. Spring-Test, okay. Ja, Glitch-Town. Tag, guten Tag. Komm, geh da rein. Glitch-Tert. Ja, ein einsamer Schmied. Egal. Eins, eins. Unseres, unseres. Eins. Uh, uh. Oh. Was war das gerade? Du bist angegriffen. Aber ehrlich, warum musst du dieser Ninja eine Shotgun dabei haben? Und wo hatte der die her? Wie du meinst. Und warum steht der an so einem Tonnenfeuer, was man so von Obdachlosen kennt? Als geht. Die Dinger wären doch cool für unser Dach, oder? Ja, das sind ja, glaub ich, die Wood-Tiles... Ne, nicht Wood-Tiles. Wood-Tiles. Ich glaub, ich hab einen Uncle Magier gefunden. Sind sie wirklich? Hm. Ich hab mir auch noch gefölzt. Das hier und das hier. Äh, Pig-Ex, Pig-Ex. Was? Boah. Hm, was? Ich hab schon fast kein Leben mehr. Hm, ich seh's. Der ist aber leck, dass ich nix bauen kann. Ich hab einen Kultisten-Altar gefunden. Boah. Der passende Kultiste, der zugehört, ist diese Schlucht runtergefallen. Ja, willst du jetzt mal... Oh Gott. Das ist echt nervig. Ja, keine Ahnung, was es ist. Das war gestern noch nicht so. Wisst ihr ja. Kann ich euch wieder alles erkunden auf einmal gerade. Mhm. Du glaubst halt echt alles von dem Hütchen, oder? Ja. Ich mag ihn nicht rein. Die schauen echt nicht schlecht aus. Okay. Ich weiß noch, woher ich euch mehr brauche. Ich weiß, wo's mehr geht, wenn ich mehr brauche. Also wenn man rechts geht, findet man echt nicht so viel. An Kisten finde ich links auch nicht so viel, aber ich habe halt gerade den Ninja gesehen und so und hier ist so ein Feld, was quasi aus Blütenblättern besteht, die ich alle aufsammel, also fast alle, alle die ich während des Schlagens im Laufen treffe. Tjo, Gegner gehen immer langsamer. Ja, wahrscheinlich weil wir gerade verschiedene Richtungen auf einmal erkunden. Das könnte ein Problem sein, ja. Ich meine, ich habe damit kein Problem, weil ich somit dann kaum Schaden fresse, aber... Ja. Das hat auch Vorteile. Ich ignoriere die Gegner einfach. Mhm. Das heißt, dass es dir was nervt, man muss zum Items aufsammeln stehen bleiben. Okay, ich habe jetzt dasselbe Problem, was ich in meiner Welt öfters hatte. Ich bin zu weit gegangen und bin jetzt gerade an so ein Weltenende gestoßen. Hä? Weil jemand noch nicht zu Ende geladen ist, da ist jetzt gerade Abgrund und da kannst du nicht weitergehen. Also ja. Jetzt muss ich warten, bis es da geladen hat. Ah. Okay. Du bist nur vorgerannt, Markus. Gute Güte. Ich bin fast durchgerannt die ganze Zeit jetzt, weil nichts Interessantes war. Ja. Achso, weil überall so Fackeln in den Höhleneingängen sind. Ja, ich habe kurz mal runtergeschaut, wenn man nichts sieht am Anfang, dann gehe ich gleich weiter. Achso. Ich habe einen Kultisten-Altra. Ja. Ich bin lieber cool. Ja. Und Kaffeebrunnen. Mhm. Habe ich auch schon ein paar. Und ein Blueprint. Wofür? Floral Fountain. Ah. Schön. Ein Brunnen. Ja. Aber ein hübscher Brunnen. Ja. Weil der von den Floral... Wie ein Floral es ist. Und eine Frühlingskiste. So eine Blumenkiste. Ist richtig hübsch. Cool. Ich habe irgendeinen Master Swag gefunden. Ah, ich sehe Simon. Holst du auch mal auf. Ich habe Master Swag gefunden. Alter. Wann ist das los? Hinter Simon ist ein Regenbogen, wie bei Neoncats. Wie geht denn das? Blütenletter. Viele, viele Blütenletter. Oh ja. Oh, jetzt hat es sich komplett aufgekammelt kurz. Ja, hier unten ist immer noch... Ja. Der Merchant schläft auch in seinem eigenen... Laden, aber... Aber? Aber was man hier anspricht? Oh. Oh. Wacht er auf. Eine Fuchs-Lady? Ne, das ist ein Avian, oder? Sorry. Sag mal. Guten Tag. Ah. Kleidung. Ah, die hat ein pinkes Jacket. Blaue Hosen. Das ist schon mal cool. Unten. Aha. Meine Uhr. Okay. Ich habe Wandererhosen gefunden. Dann kriege ich... Warum ist eigentlich eine Glitch-Uhr hier? Hä? Warum ist eigentlich eine Glitch-Uhr? Die werden es wahrscheinlich auch von überall her holen. Oh, natürlich kriegst du das. Ja. Der Hals. Dann nehme ich die Kommode auch gleich mit. Ja, die ist zu groß für 16 Slots. Dafür habe ich jetzt die Chest hier. Hey, da ist Snow. Muss denn hier alles effizientestens sein. Lass mich. Oh. Cool. Oh. Schick. Die Tür will ich haben. Da drin war bestimmt eine Attack-Card, oder? Die Tür kannst du haben. Ähm. Corby. Ich weiß nicht. Wie gehen die aus? So blaue Chip-Karte, oder so. Ne. Ich habe den... 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 Fountain-Blueprint. Aber es ist eine Glitch-Kiste, ja. Wie? In der Kiste gerade eben war nichts drin, oder wie? Doch. Da war was drin. Aber halt keine... Kein Blueprint. Oh. Ja, ich meine ja auch kein Blueprint, sondern... Attack-Karte, halt. Ja. Aber die war auch nicht drin. Schicken ergreifend. Eben. Das würde ich noch sehen. Da komm, friss. Ach Gott. Hab ich denn gekriegt? Karotten. Ja, irgend so ein Ding, das was ich doppelt hab. Ja, irgend so ein Ding, das was ich doppelt hab. Strange Flower-Box Blueprint. Blueprint. Ach ja. Gerade erschienen in meinem... Ja, die hab ich dir grad gegeben. Ach so. Ja, ich hab... Ach so, ich hab doch einen gekriegt wahrscheinlich. Ein zweites Flower-Fountain. Ey. Ich hab zwei Flower-Fountains jetzt. Keine. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war das die zweite. So geht das. Wie ist das? Nehmen wir den Stein jetzt hier als Boden oder doch lieber als Hintergrund? Den schwarzen? Ähm. Von dem schwarzen Stein? Heavy Stone Bricks, ne? Hab ich auch schon 22 dabei. Hm. Ja gut, ne? Und ich habe jetzt... Wie viele? Wo sieht man das? Da. 19 Small. Und... Heavy Heavy Heavy... Da. 173. Ja, dann bau du halt ab. Äh. Nope. Markus. Meins. Ah. Auch gut. Hi. Meins. Oh. Ich will ja auch Regen haben. Ja, ich auch. Ha. Nein, wird hier gar nicht. Bleib weg hier. Oh. 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 Haha. Hey, so kann man... So kann man echt hier überall durchrennen. Wenn man direkt ineinander läuft, ne? Hm. Ist da unten was cooles? Ja, ne Höhle oder so. Oder so. Nix großartiges. Arsch. Gern gesehen. Sein Doppelsprung. Moment. Simon, warte. Okay. Dann halt so. Ich hab die Blöcke, ja. Ja, ich auch. Alter, du warst es noch. Aber... Nein. Haha. Baum fällt. Ja. Uleg, Alter. Das hat sich wie eine Superattacke ausgesehen oder so. Was? Das der Baum fällt. Mit so einem blauen Defekt-Ding. Hä? Hä? Ja, das sind halt blaue Bäume und so, ne? Hallo. Bleib stehen! Hört mal den Pfeil! Das sind wirklich andere Bäume. Ja. Weg da! Mein Baum. Ja, ja. Ich nehm nur die ganze Farbe mit. Weißt, ich bin so nett und bleib halt stehen, bis der Baum gefallen ist. Ja, ich bin ja schon durchgelaufen. So. Hier war schon mal irgendwer. Wir waren alle schon mal hier. Ja. Weil ich einmal ganz im Kreis gelaufen bin. Du erinnerst dich? Ja. So viele schöne Blüten. Schmerz. Ja, der Biss von dem einen Kerl macht echt... Oh! Ich brauche echt nur die Spammer. Also war Simon hier. Was? Wenn man eine leere Kiste findet, die aber nicht abgebaut ist. Weil das Simon. Kiste ist nicht zu meinem Stil. Die muss ich ja stehen lassen, damit andere darauf reinfallen. Ja. Unbedingt. Und hier ist der Cortez reingelaufen. Wo der Hände ist... Weiß... Weißgott. Weißgott. Ist der wohl weiß, oder was? Ja, keine Ahnung, ne? Ah, da steht der Kultist jetzt sogar noch. Moment. Dead. Was kann der so, der Kultist? Sterben. Ah. Das ist natürlich nützlich, ne? Ja. Hat aber auch nichts wertvolles getroppt oder so. Hobby, du hast gerade ein HP. Ich hatte schon mal weniger HP. Auch so wenig. Aber hier ist endlich mal Pflanzenfasern. Brauchst du wieder welche? Mhm. Ich hab noch... Vor allem den Ninja gerade eben mit der... der noch keine Shotgun hatte, den hab ich einfach umgebracht mit... nur mit diesem Rauch davon. Oh, Fleisch. Ja. Ja, aber wenn er mal hier herangekommen hätte, der mir mit nem... mit nem... mit nem Kampfhammer die Rübe eingebröselt. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Wo seid ihr? Ja. Woanders. Nebenbei. Hat ihr mal ne Kapuze gesehen? Nein. Jetzt schon. Hm. Hier hat der auch... Der hat auch das eine Vieh fallen lassen. Okay. Ich find ja das hier cooler. Mein... Skillet. Ne, ich find das die Scheiße aus wie ein Skillet-Kopf. Den hätte man viel besser darstellen können. Boah. So wie's ausklingen, wenn wir zurück und bauen weiter? Ja... Mehr oder weniger. Beziehungsweise können wir uns ja einfach nur zu Kogeschiff teleportieren. Ich nicht. Ach wo, ich kann automatisch hier an. Nein, du... Beam dich hoch. Ey. What the fuck? Ich war in der Beam-Animation und der hat mich angegriffen. Jetzt hab ich null Leben. Und leb trotzdem. Ähm, das ist nicht null Leben, das ist fast null Leben. Das hatte ich auch schon mal. Nebenbei, Moment. Ich muss kurz was ändern. Die Kiste noch leer? Ja. Weg damit. Viel zu viel Zeug. Der Glitch-Kiste. Die Glitch-Kisten passen richtig gut zu meinem Aussehen hier. Ich hab Wanderer-Hosen gefunden. Die sehen so richtig scheiße aus. Ich hab... Blüten... Shirt? Blütenhosen? Blütenhosen will ich... Blüten-Sachen will ich haben. Ja. Weil ich bin in so'n hellgrünes Männlein. Das ist bestimmt hübsch. Hm. Ich glaub zur Teuge erst. Eben. Ich bin ein Mädel in dem Spiel, das geht. Hehe. Gut. Geht gut. Und... Und...